Wir haben ja schon so einiges getestet und auch die ersten 2000 Abonnenten sind locker geschafft und wir haben ja gedacht, testen wir doch mal, ob wir im Internet auch mal was kostenlos hinbekommen. Und so als kleines Dankeschön für die Abonnenten und für diejenigen, die natürlich auch meine Videos sehen, habe ich gedacht, ich drehe den Spieß mal um, ich teste ja immer, jetzt dürft ihr testen und zwar kostenlos. Was ihr testen könnt, das sage ich euch jetzt gleich und zwar ist das ein geiles Paket, also einem nagelndalen Fractal, Maschified 2 und einem kompletten Wasserkühlungset, das ist von AlphaCool, Hurricane und beide Dinge zusammen haben wir genau dreimal und und es ist ganz schmerzlos, man geht auf die Homepage, wenn man sich noch nicht registriert haben sollte, was ja auch mal vorkommen kann, dann geht man halt ins Forum und meldet sich an und da haben wir einen Artikel drauf stehen und auch einen Forens-Thread, wo jeder sagen kann, warum genau er und niemand anders eines dieser drei Pakete braucht, was er damit vorhat und warum unbedingt er das haben möchte und kein anderer. Kurz und schmerzlos und das Geile ist, es ist komplett kostenlos. und also ich würde mich beeilen, weil dieses Gewinnspiel, was kein Gewinnspiel ist, sondern es ist, nennen wir es Verlosung unter unseren Lesern und natürlich auch Zuschauern, läuft noch bis zum 25. Februar. Also ihr habt noch über das Wochenende Zeit, um so einen kleinen Schubs zu geben, vielleicht doch mal eine Webseite anzusteuern und nicht nur YouTube und dort mal zu gucken, was es vielleicht noch alles Interessantes gibt. Es gibt ja nicht nur Filme, sondern es gibt auch nur Text, Bilder und eine richtig geile Community, die natürlich auch dem einen oder anderen bei einem Problem mal helfen können. Und alle diese Leute warten schon sehnsüchtig drauf, wer dann eines dieser drei tollen Pakete bekommt. Und warum nicht ihr? Wir machen unseren YouTube-Kanal groß und ihr seid herzlich eingeladen, auch mal unsere Webseite zu besuchen. Ich zähle auf euch und wir sehen euch und vielleicht habt ihr ja Glück. In dem Sinne, ich drücke mal schon den Daumen. Tschüss.